Die neue Corona-Variante Omikron ist auch in Deutschland angekommen. Zwar wurde sie bisher erst 28 Mal durch Genomsequenzierung nachgewiesen, aber Experten gehen von wesentlich mehr Fällen aus, da die Labore nur einen Bruchteil der positiven Proben auf Varianten untersuchen. Wie verändert die zuerst in Südafrika festgestellte Omikron-Mutante das Pandemie-Geschehen und wie wirksam sind die Impfungen? Darüber hat mein Kollege Ingo Zabaroni gestern in den Tagesthemen mit dem Virologen Christian Drosten gesprochen. Ja, wir haben verschiedene Informationsstücke jetzt neuerdings, die wir mit einrechnen können in die Überlegungen. Das eine ist, wir sehen jetzt, die Immunität ist deutlich abgeschwächt, die ist aber nicht null, das ist schon mal gut zu wissen. Wir können uns so überlegen, wer geboostert ist, der hat vielleicht ungefähr so ein Immunitätsniveau wie vorher jemand, der doppelt geimpft war und ein paar Monate vergehen lassen hat. Das ist also jetzt keine Nullimmunität gegen diese Variante. Gleichzeitig wissen wir auch, und das sind Daten aus Südafrika, dass die Krankheitsschwere dort geringer ausgeprägt ist. Wir verstehen aber nicht ganz genau, wie das zu deuten ist. Wir können mal ganz einfach gesprochen sagen, pro Infektion geht da nur ein Drittel der Fälle ins Krankenhaus. Und wenn sie im Krankenhaus sind, dann haben sie auch nur so ein Drittel der schweren Verläufe. Das wäre nur so eine Faustregel von dem, was man da jetzt sieht. Das sind keine genauen Zahlen, aber das reicht vielleicht für hier, für so eine allgemeine Information, für die Vorstellung, die man sich machen muss. Das heißt also, es gibt einen gewissen Schutz trotzdem, das ist die gute Nachricht, aber sie ist leichter ansteckbar, oder wie muss man das verstehen, diese Variante? Ja, das kommt dazu. Also diese Variante ist sehr verbreitungsfähig. Wir haben in mehreren Ländern, das ist Südafrika, das ist aber auch Dänemark und England, wo wir sehr genaue Datennachverfolgung haben, den Eindruck, dass sich das ganze Geschehen so alle drei Tage verdoppelt. Und das ist deutlich schneller als beispielsweise, was wir von der Delta-Variante gewohnt waren. Und das ist natürlich schon sehr besorgniserregend, auch wenn man weiß, dass vielleicht die Krankheitsschwere geringer ist. Und wir wissen noch nicht mal, ob wirklich die Krankheitsschwere bei uns geringer ist. Das ist aber die nächste Frage dann. Sie wissen es nicht, aber es gibt Andeutungen. Es heißt ja aus den USA auch zum Beispiel, dass es geringer verlaufen könnte. Ja, also der Tony Fauzi hat das ja gesagt. Nun muss man sagen, der spricht aber auch für die Vereinigten Staaten. Und die Immunsituation ist in jedem Land ein bisschen unterschiedlich. In den USA ist es ähnlicher wie in Südafrika. Die Vereinigten Staaten hatten ja eine sehr hohe Zahl von Verstorbenen schon und eben eine hohe Infektionstätigkeit und damit Genesene. Und das haben wir in dieser Form, man mag sagen, zum Glück nicht. Wir haben die Pandemie bisher besser kontrolliert in Deutschland. Wir haben ein großes Problem mit unserer Impfquote. Gerade bei den über 60-Jährigen haben wir noch eine viel zu große Impflücke. Das sind also die Leute, die sich noch gar nicht impfen lassen haben und die aber eben wegen ihres Alters gefährdet sind. Bei den Jüngeren ebenfalls diese Impflücke. Und das müssen wir ganz besonders jetzt auch für Deutschland betrachten. Wir müssen uns vor allem die Frage stellen, die, wie wir sagen, immunologisch naiven, also die weder bis jetzt infiziert waren noch geimpft. Wie verläuft jetzt dieses Omikron-Virus bei denen, die Infektion damit? Und da muss man jetzt wirklich Analogieschlüsse ziehen. Und da machen mir schon die Informationen aus Südafrika verstärkt Sorgen. Was man dort nämlich sieht, ist, dass gerade die jüngsten Kinder unter fünf Jahren in Südafrika verstärkt ins Krankenhaus müssen mit schweren Verläufen. Und das ist nun in Südafrika in einer Bevölkerung, wo eine schwere Winterwelle war, wo man davon ausgehen muss, dass praktisch die ganze Bevölkerung schon mit diesem Virus mal infiziert war oder geimpft war. Gerade diese jüngsten Kinder sind eben vielleicht noch immunologisch naiv und kriegen jetzt erhöhte Raten von schweren Verläufen. Und das könnte man jetzt umlegen auf die deutsche Situation und befürchten, dass eben Ungeimpfte, Ungenesene doch schwere Verläufe bekommen mit dem Virus. Dass das also keine reine Viruseigenschaft ist. Also dass man sagt, jeder, der mit dem Virus infiziert ist, hat einen milden Verlauf. Sondern wahrscheinlich ist es eben doch eine Immuneigenschaft der jeweiligen Bevölkerung. Das heißt, es lässt sich gar nicht so vergleichen. Die Kenntnisse aus Südafrika mit unserer Situation hier, weil wir auch gerade bei einer älteren Bevölkerung im Vergleich zu Südafrika auch so viele dann aber auch ungeimpft haben. Und dann wiederum auch im Vergleich zu anderen Ländern in Europa. Absolut. Also das ist eben der Blindflug auch jetzt für die Entscheidungsträger. Wir müssen das irgendwie bewerten und haben gleichzeitig eben diese besondere Gefahr, eine besonders alte Bevölkerung in Deutschland zu haben. Damit muss man jetzt umgehen und damit muss man jetzt ganz schnell Entscheidungen treffen. Denn die Vermehrung des Virus ist schnell. Die könnte in Deutschland vielleicht etwas langsamer sein als beispielsweise in England. Weil in England im Prinzip keine Kontrollmaßnahmen mehr in Kraft sind, wegen der guten Impfung und der starken Vorinfektion der Bevölkerung. Bei uns sind noch Kontrollmaßnahmen in Kraft. Das können wir uns gerade noch vielleicht zugute halten. Aber das wird kein großer Unterschied sein. Nun hat ja auch der Impfstoffhersteller Biontech gestern angekündigt, einen speziellen Omikron-Impfstoff zu entwickeln. Aber kann der da überhaupt noch entscheidend eingreifen? Also es ist wichtig, dass der Impfstoff angepasst wird. Das wird aber erst nach der jetzig kommenden Winterwelle überhaupt verfügbar sein. Also Biontech hat, glaube ich, gesagt, Anfang März. Das ist gut, aber natürlich dauert es, bis regulativ alles umgesetzt ist. Natürlich dauert es, bis die Lager gefüllt sind, bis ausgeliefert ist. Am Ende werden wir doch erst Ende April, Mai wirklich realistisch den neuen Impfstoff verimpfen können. Und darum ist die Überlegung ganz klar, jeder, der kann, soll sich jetzt sofort boostern lassen. Und alle Ungeimpften müssen sich nochmal wieder hinsetzen und ganz genau darüber nachdenken, ob sie wirklich das aufrechterhalten wollen, angesichts auch dieser neuen Gefahr. Denn dieses Virus wird auch die Ungeimpften treffen. Nun kam ja heute die Empfehlung der Ständigen Impfkommission zum Impfen von 5- bis 11-Jährigen mit Vorerkrankungen. Ist das denn, das Impfen von Kindern, ein entscheidender Schritt bei der Bekämpfung der Pandemie? Ja, ich bin froh über diese Entscheidung. Die lässt ja auch noch ein bisschen Interpretationsspielraum, gerade für diejenigen Kinder und Eltern, die sich gerne impfen lassen wollen. Die können das. Und ich glaube, dass wir das auch brauchen. Also ich habe, ohne das jetzt in eine sehr große Argumentation hier ausufern zu lassen, ich habe die Argumente schon seit Monaten immer wieder geliefert. Wir müssen uns auch klar machen, es gab Probleme eben mit Reaktionen und Nebenwirkungen bei den über 12-jährigen Jugendlichen. Das ist aber die Erwachsenendosis. Die jüngeren Kinder kriegen jetzt ein Drittel der Dosis. Ein Drittel so viel reicht aber trotzdem für eine gute Impfreaktion bei diesen Kindern. Und da ist dann natürlich auch die Gefahr von Überreaktionen, von Nebenwirkungen viel geringer. Und ich kann wirklich nur raten, die Kinder impfen zu lassen, auch wegen des Schulbetriebs, aber auch wegen der eigenen Erkrankung, auch mit einer Vorsichtsüberlegung jetzt Richtung Südafrika, wenn das so sein sollte, sich so bewahrheiten sollte, dass die Verläufe schwerer sind bei Kindern. Müssen wir denn auch mit weiteren gefährlichen Mutanten rechnen? Oder wann wird Corona irgendwann mal so eine eher normale Erkältungskrankheit sein? Ja, das ist eine wichtige Frage, die Sie da stellen. Vor allem auch deswegen, weil es jetzt wieder Leute gibt, die sagen, na, das hört ja eh nie auf. Wenn man da einmal auf dem Zug drauf ist, dann kommt man da nicht mehr runter. Das ist wirklich Unsinn. Wir sind auf dem Weg in einen endemischen Zustand. Also dieses Virus wird zu einem normalen Erkältungsvirus werden, das wie an anderen Erkältungsviren auch vor allem im Kindergarten auftritt. Und die Erwachsenen infizieren sich immer wieder mal mit. Und die Älteren müssen aufpassen, so wie bei Influenza brauchen die eine Impfung. Da laufen wir drauf zu. Ich kann nicht versprechen, dass das im nächsten Jahr schon komplett geschafft wird. Aber wenn wir uns klar machen, eine Bevölkerung wie in Südafrika, die jetzt wirklich im Prinzip einmal ganz durchimmunisiert ist, die wird in diesen Zustand jetzt doch irgendwann auch reinkommen. Ich weiß nicht, ob schon mit Omikron oder auch mit einer nächsten Variante. Aber das wird aufhören. Wir werden in einen Zustand kommen, wo wir nur noch zum Winter hin auffrischen und wahrscheinlich nicht die ganze Bevölkerung. Es kann sein, dass wir nächstes Jahr zum Winter noch mal die ganze Bevölkerung mit einem dann wieder neuen Impfstoff auffrischen müssen. Das ist Wahrsagerei, was wir jetzt hier dann so langsam betreiben. Aber ich glaube, was keine Wahrsagerei ist, ist, dass das aufhören wird in absehbarer Zeit, nächstes, übernächstes Jahr, vielleicht in drei Jahren. Aber dann ist es auch vorbei. Sagt der Virologe Christian Drosten. Vielen Dank für diese Einschätzungen nach Berlin. Gerne.